Hallo Bo! Hallo! Endlich sitzt du hier mal bei unserem Sachamal. Kennst du das Format? Freust du dich? Ja, ein bisschen. Ich habe das gesehen. Ich habe auch Klopp hier. Das war ein guter... Ja, das war gut. Das erfolgreichste Video auf unserem Kanal übrigens. Schau dir gerne nochmal vorbei. Bo, du bist, wir kennen dich, sehr emotional hier an der Seitenlinie. Wie warst du denn so als Spieler? Wie können wir uns den Spielertyp Bo Henriksen vorstellen? Ich denke, das wird ein bisschen mehr Spaß, wenn ich in Englisch spreche, weil ich bin ein bisschen besser. Und ich kann auch ein bisschen besser formulieren. Und deswegen, ich spreche in Englisch. Ja, gerne. Ich war wirklich, wirklich gut als Spieler, als ich acht war. Ich war wahrscheinlich eines der größte Talenten in Denmark, als ich acht war. Ich war auch ein emotionaler Spieler, in vielen Fortschritte. Das Hauptsache für mich war, natürlich, was, wiederum, zu gewinnen. Aber ich war ein bisschen zu lieb. Und ich war ein bisschen zu lieb. Und das war eine kurze Antwort. Und wenn du zu lieb im Fußball, dann wirst du nicht lange. und ich habe immer gewonnen, mit meinem Team mehr oder weniger gewonnen. Aber ich habe nie so viel gespielt. Und das war, weil ich zu lieb. Ich wollte, dass alle ein gutes Gefühl haben. und ich war auch mit mir. Auch mit denjenigen, die ich gegen. Also ich war ein guter Techniker, cleverer. Aber nicht so schnell. Also jetzt nicht so, dass du immer am Meckern warst und emotional den Schiris gegenüber viele gelbe Karten bekommen. So eher noch nicht. Als ich jünger war, ja. Aber es war ein bisschen weg. Und das war sehr schade. Weil wenn du die Feuer und die Energie und die Dinge wegst, dann wird man average. Und ich wurde average als Spieler. Und ich sagte mir, dass ich das nie wieder wieder in meinem Leben werde. Und ich werde mich nicht mehr Und ich werde mich nicht mehr Und das ist das, wie ich bin als Trainer. Aber ich habe auch immer gut mit Menschen. Ich begleite meine Trainer-Karriere als ich 10 Jahre alt. Und ich wusste, dass ich eine gute Infektion oder einen guten Effekt auf Menschen. Und deswegen wollte ich ein Trainer sein. Dann gucken wir doch mal, wie du dann Trainer geworden bist. Wir haben uns mal deine Station nämlich als Spieler angeguckt. Das ist wirklich crazy. Erst von Dänemark nach England, dann nach Island. Und dann wird es richtig crazy auf die Malediven. Ja, ja. Wie kam das denn? Aber das war ein bisschen Spaß. Weil wir haben in Iceland gespielt. Und ich habe auch einen Dänischen Spieler getroffen. Und wir haben in der selben Mannschaft gespielt. Und er war verletzt. Und er hatte eine Connection mit Maldives Spieler. Und er sagte, wenn der Saison fertig in Iceland ist, dann kann wir vielleicht in den Malediven gehen. Weil der Saison in Iceland ist fertig mitten Oktober. Und deswegen haben wir eine normale eineinhalb Monate. Und dann gehen wir nach Maldives für ein Tournament zu spielen. Und ja, ich war natürlich der beste Spieler auf dem Tournament. Wir haben dieses Tournament gewonnen. Und ja, ich war da für einen Monat. Und dann haben die mir gesagt, kannst du zurückkommen und vielleicht im Januar, im Februar, im März spielen. Weil ich war in Iceland. Und in Iceland, das ist nur die Vorbereitung. Der Saison beginnt im Mai. Und deswegen habe ich natürlich ja gesagt, dass es ein bisschen besser die Pre-Season in Maldives ist als in Iceland. Das ist ein bisschen kalt. Aber Maldives war ein wunderschönes Erlebnis. Und vielleicht, ich habe kein Geld gehabt in den Maldives. Aber vielleicht mein bester Kontrakt. Weil diese, ja, fantastische Erlebnisse, wir haben das gehabt. Und das war schön. Mehr Urlaub oder mehr Fußball dann? Nein, aber es war mehr Fußball. Aber wir haben natürlich auch Urlaub. Aber das war was für eine. 8.000 Leute jeden Mal in Maldives. Es war nur ein Stadion in Maldives. Das war eine fantastische Erlebnisse. Würdest du sagen, das ist so deine liebste Erinnerung als Spieler? Oder gibt es da noch was Krasseres für dich? Nein, natürlich war es eine fantastische Erfahrung, zu kommen und eine andere Kultur zu sehen. Und ich denke, das macht dich auch als Person. Ich habe herausgefunden, als ich 25 Jahre alt war, dass ich wahrscheinlich nicht ein Danish-National-Spieler wäre. Ich würde wahrscheinlich nicht der Hotshot für Fußball sein. In vielen Fällen. Und ich wollte das Leben erleben. Ich wollte das verschiedene Kulturen. Ich habe herausgefunden, mehr über mich selbst, damit ich mich in meine Kulturen konnte, weil ich mich in meine Kulturen schon genommen habe. Ich habe meine Kulturen und meine Kulturen als ich in der 20s war. Ich wusste, was ich werde machen. Das war eine Herausforderung für die Kulturen und mich mehr über mich selbst und dann lebe ich es, wenn ich älter genug bin, um eine Kulturen zu werden. Dann mal zurück in die Gegenwart. Wir sehen dich hier manchmal auf dem Parkplatz mit einem deiner Söhne, mit denen du nach dem Training nachmittags noch auf den Fußballplatz gehst. Hast du deine Fußballbegeisterung an die drei schon weitergegeben? Oder wie läuft das bei dir? Ja, natürlich. Der kleine, er ist jetzt acht. Natürlich, die zwei große, die sind jetzt in den Dänemark. Einer ist in der Schule, der andere arbeitet. Und jetzt habe ich nur der kleine, also ich spiele mit ihm so viel wie ich kann. Ich liebe es. Er liebt, Fußball zu spielen. Ich denke, das ist das wichtigste. Fußball für mich ist all meine besten Freunde, mehr oder weniger. Als ich seitdem, oder acht oder zehn Jahre alt war. Und ich denke, das ergibt, was Fußball ist alles um. Fußball ist um Menschen. Fußball ist um zu haben, zu haben. Fußball ist um Leben. Und das ist das, was es für mich, ich will, zu meinem Sohn. Es geht nicht um Geld. Es geht nicht um zu sein, zu sein, zu sein. Aber es geht um diese Emotionen und eine gute Kultur um dich zu sein. Und zu sein, zu sein, zu sein, Es ist nichts besser. Es ist nicht lustig zu gewinnen, es ist nicht lustig. Es ist nicht lustig, zu gewinnen. Es ist nicht lustig, zu gewinnen. Jetzt haben sie ein großes Team in Tennis, und jetzt haben sie ein großes Team in Golf. Und sie versuchen es tatsächlich zu machen, es etwas mehr Spaß zu machen. Das ist der Grund, warum ich mit meinen Kindern spielen möchte. Und das ist der Grund, warum ich es ehrlich zu meinen Kindern geben möchte. wow, football ist alles um Emotionen. Football ist alles um, er liebt zu spielen. Wir haben letzte Nacht gespielt, und er riecht und schreit und schreit und das alles, und das ist, und es ist, es ist lustig. Also er hat ein bisschen was von seiner Emotionalität abbekommen. Ja, aber er schaut mich jeden Tag und denkt, wow, dieser Mann ist total krass. Nein, es ist lustig, es muss lustig sein, und ich habe jeden Tag mit meinen Kindern. Ihr seid ja jetzt schon dreiviertel Jahr ungefähr hier in Mainz. Habt ihr euch gut eingelebt? Hat deine Familie sich gut eingelebt? Ja, meine Frau und natürlich meine Kinder. Wir kamen hier und wir haben in einem Favorit-Hotel für eineinhalb Monate, oder ein bisschen über eineinhalb Monate. Und wir liebte es dort und jetzt haben wir ein schönes Ort. Aber mein mitteliger son, er zurückgekehrt in Denmark, in der Fußball Boarding-School, wo er sich hat, er Spaß macht. In Denmark, nach zehn Jahren du bist in der Schule, und nach 11 Jahren kannst du gehen in einem Ort, wo viele Menschen sich genießen. und er ist gut für ihn, und er liebt es. Mein anderer großer, wie ich sagte, er arbeitet. Und jetzt haben wir unsere drei und wir lieben es hier. Es ist ein fantastisches Ort, eine gute Kultur. Es ist eine sehr schöne Stadt. Wir sind froh, Du hast mal erzählt, dass du sehr gerne kochst. bist du ein kleines Kochtalent? Ich denke, ich bin ein Talent, aber ich arbeite hart. Und ich denke, das ist wichtig. Wir sprechen auch immer über die Spieler, und sagen, es dauert keinen Talent für dein Bestes. Es dauert keinen Talent für dein Bestes. für dein Bestes. für dein Bestes. Und das mache ich in der Küche. Ich frage meine Frau manchmal. Aber ich liebe das, weil wir stehen da, nur ich und meine Frau, und wir kuchen und alles. Und ich liebe es, weil es eine freie Zeit ist. Es ist eine freie Zeit. Es ist eine freie besonders im Fußball. Es gibt viele Dinge zu denken und zu arbeiten. Aber das ist mein spezielles Ort, wo ich in der Küche stand mit meiner Frau. Wir haben nämlich gelesen, dass du gerne kochst, es ist aber nicht gut kannst. Hast du mal gesagt? Da haben wir Michael gefragt, er meinte, es stimmt nicht. Es schmeckt immer hervorragend. Ich weiß nicht, aber ich liebe es, und das ist das wichtigste. Und ich denke, wenn ich es herbe, dann glaube ich, dass es gut schmeckt, und es schmeckt. und es schmeckt wahrscheinlich nicht so gut. Aber ich serve es mit Emotionen. Ich serve es. Das ist das Leben meiner Arbeit. Das ist das Leben meiner Leben. Und ja, es ist Spaß. Hast du schon ein bisschen deutsches Essen ausprobiert? Ja, natürlich. Schnitzel und Borkwurst. Aber das ist natürlich. In Dänemark, du gehst immer wieder in Deutschland und du essen deutsche Food, wenn wir essen von 5-6 Jahren und alles weiß das. Wir wissen, deutsche Food ist gut und da ist sehr viel. Wir haben, wie gesagt, schon mit Michael gesprochen. Der saß hier letzte Woche im Sachamal. Der hat auch gesagt, dass du auch abseits vom Fußball sehr ehrgeizig bist in anderen Sportarten. Wie war denn das Paddelturnier so für dich? Es war absolut schrecklich. Ich hatte... Normalerweise... Normalerweise würde ich nie verlieren. Ich habe nie verloren in meinem Leben. Ich kann es nicht vergessen. Und dann, natürlich, wir haben uns dass wir uns machen, einen Partner in der Paddel-Tournament. Und das war absolut schrecklich. Sie waren schrecklich. Sie waren mit zwei Menschen. Sie sahen, wie sie keine Arme haben. Es gab keine Chance, dass sie spielen können. Sven ist der schönste in der Welt. Aber Paddel ist ein Joke. Er kann nicht spielen. Er weiß nicht, was zu tun. Ich sagte ihm, bitte, bitte, den Ball auf. Aber es gab keine Chance. Er ist ein guter Physikal-Tour. Aber Paddel sollte man blicken. Der nächste Mal kann er nicht kommen. Dann haben wir Batsi. Normalerweise sollte man mit den Armen spielen. Er war also terrible. Ich war der einzige der hat es gewonnen. Ich gewonnen drei Spiele. Der Rest hat sie gewonnen. Es war ein terrible Tag. Ich werde das wahrscheinlich nicht vergessen. Im Trainingslager gegen Michael ist auch nicht so gut gelaufen. Im Trainingslager und Tis-Tennis habe ich gewonnen. Gegen Mikkel und Michael war das einfach. Auch gegen alle Spieler. und ich bin der beste Tis-Tennis-Spieler. Vielleicht der zweite weil Tis-Ti ist auch gut. Aber wenn du probierst, normalerweise ich gewinne alles. Das habe ich Michael schon ein, zwei Mal angesprochen. Er ist ja wirklich schon lange an deiner Seite als Co-Trainer. Inwiefern ergänzt ihr euch so gut? Wie kommt diese Dynamik, diese Chemie zustande bei euch? Nein. Aber ich denke, wenn du zusammen mit Menschen und du fühlst es direkt wir sind total opposite Menschen. Wie wir reagieren, wie wir behave, wie wir tun. Und natürlich ich möchte Menschen die können mir etwas anderes Ich möchte dass die Qualitäten sind anders. Wenn wir alle mit dem das gleiche geht. dann ist es natürlich nicht egal. Er ist mehr calm. Er ist mehr thoughtful. Er denkt viele Dinge. Er ist ein wirklich cleverer Mann. Ich bin der mehr der spricht, spricht, etwas schneller. Er ist der der sehr gut ist. Wir machen das zusammen. Es ist auch lustig, weil er eine sehr gute Person ist. Wir haben ihn auch gefragt, ob er der Gegenpart zu dir ist. Er meinte, ich bin ja genauso wie Bo. Ich will auch gewinnen und habe diese Emotionen in mir. Ich lasse sie vielleicht nur nicht so raus. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. 100 Prozent. Das ist 100 Prozent wie es ist. Er will jeden gewinnen. 100 Prozent. Aber wir sind das Das ist gut. Ich bin gut als ich. Michael ist gut als Michael. Das ist das wichtigste. Wenn man authentisch ist, dann kann man alles, was man will. Letzte Frage, Bo. Wir stellen uns mal vor, DFB-Pokal, Flutlicht, ausverkaufte Mewa Arena, FC Bayern München 2045 live im ZDF. Was macht das mit dir? Wir lieben es. Als ich die Dwarze sah, war ich ecstetisch. Dann können wir sie nochmals spielen. Die letzte Mal, ich habe sie nicht so Spaß gemacht. Diese Zeit muss es so Spaß gemacht. Wir gehen da. Wir wissen, dass es ein speziales Tournament ist. Wir wissen, dass es ein ein-off ist. Es ist eine Nacht. Und alles kann passieren in Fútball. Ich denke, wir werden es nur dort sein. Es ist Christmas Eve für Kinder. Das ist das, was wir trainieren für. Das ist das, was wir glauben. Das ist das, was wir unsere ganze Leben tun haben. Wir stehen da gegen sie. Hey, es wird Spaß gemacht. Perfekt. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Danke.